Gehen wir ins nächste leichte Thema, oder? Ich glaube, leichte Themen sind heute sehr angemessen nach den ersten zwei Stunden der völligen Ekstase. Schauen wir einen Content-Creator, den ich sehr mag, Rob Bubble, mit dem Video Die Lügen der Klatschpresse werden immer schlimmer. Ich freue mich sehr drauf. Ich ficke auch gerne. Das hier, das ist die Oktober-Ausgabe des Magazins Greta. Und was muss ich da lesen? Die Queen jagt Megan vom Hof. Das ist seltsam, denn die Queen ist Anfang September gestorben. Zombie-Queen! Aber zum Glück hat sie vorher noch erfahren, dass Kate ein viertes Baby bekommen wird. Wie? In der gleichen Woche kam raus, dass Kate kein viertes Baby bekommen wird? Seltsam. Pro Woche werden in Deutschland drei Millionen Klatschzeitschriften verkauft. Seit meinem letzten Video... Das ist fucking gar nichts, ne? Wenn man sich überlegt, dass pro Woche wahrscheinlich mehr Leute Montana Black gucken als die Klatschpresse lesen, sollte man sich mal Gedanken machen, wo denn die eigentliche Verantwortung? Ach komm, ich sag nichts, ist doch egal. Zu dem Thema sind also rund 150 Millionen weitere Magazine über die Ladentheken gewandert. Höchste Zeit, sich anzugucken, welche absurden Lügen sich über Stars und Sternchen im letzten Jahr wieder so ausgedacht wurden. Und dieses Mal möchte ich auch noch mal genauer in die Magazine reingucken und euch erzählen, was für Quatsch sich dahinter diese absurden Überschriften verbirgt. Zum Beispiel hier, Schumacher spricht wieder. Endlich meldet er sich zu Wort. Sensationelle Rückkehr. Alles wendet sich zum Guten. Oh mein Gott. Endlich. Was ist passiert? Ein Social Media Post wurde mit alles Liebe von der ganzen Schumacher-Familie unterschrieben. Und Michael Schumacher ist ja Teil der ganzen Schumacher-Familie. Oder hier in derselben Ausgabe. Ganz England zittert vor ihr, ergattert Meghan sich jetzt den Thron. Oh Gott, was hat sie geplant? Ja nix. In dem Artikel steht, dass wenn die fünf Leute in der Thronfolge vor Harry alle tragischerweise gleichzeitig sterben sollten, Meghan dann Königin wird. Ganz England zittert schon. Oh Gott. Oder hier. Wer will ihr Glück zerstören? Neues Drama um Helene Fischer. Die Arme. Schuld sind Tom und Bill Kaulitz. Die beiden haben die bestimmt richtig fertig gemacht, oder? Naja, sie haben in ihrem Podcast über Onlyfans gesprochen und dann gesagt, dass Helene sehr viel Geld verdienen würde, wenn sie Onlyfans machen würde. Drama. Ich hatte letztes Mal schon drüber gesprochen, dass das vielleicht jetzt erstmal lächerlich wirkt, aber tatsächlich ernste Konsequenzen für Promis haben kann, die ja auch einfach nur Menschen sind. Erst vor ein paar Wochen ging dieser Clip hier auf Twitter zu Recht viral. Das ist eine neue Doku von Prince Harry, in dem es unter anderem darum geht, wie die Lügen und der Rassismus solcher Magazine, die mentale Gesundheit von ihm und vor allem... Aber Lügen und Rassismus gibt's auch genug in der englischen, ähm, Familie, ne? Also nur um das dann... ne? Also das ist fair play. ...von Meghan komplett zerstört haben. Und das Problem ist auch in Deutschland seit meinem letzten Video nicht besser geworden. Florian Silbereisen hat Anfang des Jahres erzählt, dass er nichts auf Social Media macht, weil egal was er postet, daraus direkt ne dramatische Headline gestrickt wird. Warum müssen Männer immer darüber reden, wie viel Geld eine Frau mit Onlyfans machen würde? Das ist irgendwie creepy. Naja, wir müssen uns ja irgendwie darüber unterhalten, wie viel man als Frau mit so einfacher Arbeit verdienen kann, damit unsere Einnahmen dann doch sehr viel erstaunlicher und großartiger erscheinen, als sie tatsächlich sind. Also das ist ganz wichtig. Für uns Männer ist eins ganz wichtig. Wenn Frauen ein hohes Einkommen erzielen oder allgemein leisten, dann müssen wir stets betonen, dass das einfache, einfache Tätigkeiten sind und dass das, dass das jeder könnte, jeder Mann, wenn er dann eine Frau wäre. Frauen wären die besseren Männer. Aber weil Männer eben keine Frauen sind, können sie so viel Geld gar nicht verdienen, weil das geht gar nicht. Das schmälert immer die Leistung der Frauen und pusht die eigenen ein bisschen nach oben. Das ist ganz wichtig, ne? Im gleichen Interview erzählte er, dass vor seinem Haus Paparazzi im Wald campen. Helene Fischer musste dieses Jahr gerichtlich verbieten lassen, dass Klatschmagazine heimlich geschossene Fotos von ihrem Baby veröffentlichen. Also sie hätten natürlich auch einfach stattdessen eine Wahrsagerin das nächste Baby vorhersagen lassen können. Hurra! Oder Fotosensation einfach mit Photoshop ein Baby basteln können, um uns zu zeigen, wie ein Baby aussehen könnte. Tja, haben sie aber alles nicht gemacht. Sie haben das Baby illegalerweise gezeigt, zum Beispiel in der Freizeitwoche. Und da musste das Baby dann hinterher nachträglich rausgestrichen werden. Bei diesem Magazin fehlt zum Beispiel direkt die ganze Titelseite. Tatsächlich wurden auch im letzten Jahr Klatschmagazine wieder so oft für ihre Lügen verurteilt, dass ganz viele digitale Ausgaben inzwischen so aussehen. Blöd nur, dass man das in hunderttausenden gedruckten Exemplaren halt nicht mehr nachträglich machen kann. Und bevor ich jetzt erzähle, was alles laut der Klatschpresse in 2022 im Leben der Stars passiert ist und was hinter den absurden Überschriften wirklich steckt, ein weiteres Argument dafür, warum digitale Magazine sehr viel geiler sind als gedruckte. Es ist auch sehr wichtig, dass Männer immer den Marktwert einer Frau aufgrund ihres Aussehens klären. Absolut! Funfrage! Hat irgendjemand von euch schon mal gehört, Mensch, wenn ich so schlau wäre wie die, dann würde ich sehr reich werden? Hat das schon mal irgendjemand, irgendeinen Mann über irgendeine Frau sagen hören? Die einzigen Props, die Frauen für ihre intellektuellen Leistungen bekommen, sind die, wenn sie dazu auch noch gesellschaftlich gesehen gut aussehen. Dann hört man immer, oh Mensch, die ist so schlau und sie sieht so gut aus. Weil das ja nicht zusammenpasst. Entweder man sieht gut aus als Frau oder man hat was im Kopf. Aber beides zusammen, absurd. Kennen Sie das? Sie wollen mal wieder dieses echte, existierende Magazin namens Gartenbahnen lesen, wo Männer auf Gartenbahnen durch die Gegend fahren. Aber die ganze Zeit, Magazine im Zug mitzuschleppen, ist auch ziemlich blöd. Ich mag Züge. Du stehst auf Steine, willst aber nicht, dass der große Stein, auf dem wir alle leben, abfackelt, weil alle Bäume für 150 Millionen Klatschmagazine gefällt wurden? Lies dein Steinmagazin doch einfach auf dem iPad. Das sind keine Steine, das sind Mineralien. Bei Readly gibt es wirklich jede Art von Magazin, egal zu welchem Thema. Ich persönlich liebe die GameStar oder die... Passendes Placement, richtig gut. Das muss man ja auch mal sagen. Passendes und gutes Placement. Nice. M-Games, Kochmagazine oder Magazine wie Photoshop Creative, mit denen ich mir damals selber erst mal Photoshop beigebracht habe, als ich mit YouTube angefangen habe. Es gibt auch Klassiker wie die hier und Hobbymagazine wie die hier. Zum Beispiel das Coins-Magazin oder ein Lego-Magazin namens Blocks. Es gibt wirklich über 6.000... Hallo, Klemmbausteine heißt das, ja? Wie Zeit muss sein? ...Magazine und Zeitungen in einem Abo. Lad sie dir einfach runter und lies sie offline. Du kannst bis zu 5 Profile erstellen für die ganze Familie. Und das Besondere, und das hat dieses Video erst überhaupt ermöglicht, mit Readly kann man die ganzen alten Ausgaben auch lesen. Readly lässt sich monatlich kündigen. Und die ersten beiden Monate gibt es für nur 1,99 Euro unter readly.com. Ich lese euch jetzt mal einen Absatz aus der aktuellen vor und wie dort über Harry geschrieben wird. War Harry eigentlich schon immer so eine Prinzessin auf der Erbse? Er wirkte doch eigentlich recht zufrieden mit dem goldenen Löffel seiner royalen Geburt. Ja, der Tod seiner Mutter war schlimm, aber insgesamt hätten die Rahmenbedingungen dort nicht übler sein können. Okay. Den Tod seiner Mutter, das ist was, was den Klatschmagazin auch 25 Jahre später immer noch gut Geld einbringt. Diana könnte noch leben. Diana, Charles plant ihren Tod. Diana, gruselig, sie ahnte den Tod voraus. Diana, trug sie ein Kind zu Grab. Diana, haben wir uns alle in ihr getäuscht? Diana, es war Mord und es war Camilla. Aber 100%. Das war beim Tod der Queen jetzt auch ähnlich. Natürlich wird auch der Gemoll kennen, so gut es geht. Top voll Gold, ein genialer Twitter-Account, dem ihr auf jeden Fall folgen solltet. Der hat das Ganze mal zusammengefasst. Bei der Frau im Spiegel war es ein stiller Abschied. Bei der Woche der Frau hat sie verzweifelt gefläht. Bei der Freizeitwoche blieb ihr letzter Wunsch unerfüllt. Bei das neue Blatt hat ihn Charles erfüllt. Bei der Inn gab es Versöhnung am Sterbebett. Und bei der neuen Frau gab es Drama am Sterbebett. Dass man nicht so genau weiß, was bei den Royals los ist. Das war auch schon vor dem Tod der Queen so. Die neue... Was für Menschen arbeiten da? Unmotivierte, die Headlines kreieren. Das, ja. Und dann saugt man sich allen möglichen Scheiß aus den Fingern, ob es das wird gelesen. Herzlich willkommen. Die Welt hat sie zum Beispiel schon im März umgebracht. Blitzkrönung, trauriger Abschied von der Queen. Oder die Freizeit Blitz. Die wusste im Januar ganz genau, dass Charles niemals König wird. Am aufregendsten war aber natürlich mal wieder das Leben von Harry und Meghan. Und der Januar fing eigentlich erstmal gut an. Ihr Glück war perfekt mit einem Baby. Aber dann Zwillinge, die schönste Nachricht. Oder war es doch nur ein Baby? Und ist das Baby überhaupt von Harry? Denn Meghan hat ihn ja betrogen. Diese Verwirrung bringt Harry zum Nervenkollaps. Als Strafe nimmt Charles dann Meghan die Titel weg. Blitzscheidung. Und dann auch noch ein Polizeieinsatz in der Luxusvilla. Jetzt muss Meghan ins Gefängnis. Doch nicht. Was war das denn dann für ein Polizeieinsatz? Ach ja. Die Villa, die Harry und Meghan gekauft haben, da gab es mal einen Polizeieinsatz vor Jahren, bevor sie da gelebt haben. Dramatischer Januar. Der Februar war dann nicht entspannter. Meghan serviert Harry ab. Es kommt zum Rosenkrieg. Harry wird ihr nie verzeihen. Aber sollte es nicht eigentlich umgekehrt sein? Denn Harry hat ja Meghan mit ihrer Freundin betrogen. Blitzscheidung. Er flieht zurück nach England und verklagt seine Oma. Aber die rächt sich sofort. Im März geht es dramatisch weiter. Meghan hat einen neuen. Und in dem Artikel kommt dann raus, dass Meghan schon in zwei Jahren US-Präsidentin werden will. Währenddessen kehrt Harry reumütig nach England zurück und versöhnt sich mit seiner Oma. Gut, denn sein Opa hatte ihn ja gerade vorher enterbt. Doch dann findet er heraus, dass Charles gar nicht sein richtiger Vater ist. Und als Rachel will er dann seine Stiefmutter Camilla vernichten. Und der Monat endet mit einer riesigen Pleite. Denn, das weiß die Aktuelle, Harry und Meghan müssen Steuern nachzahlen. Und das kann dir nur eins heißen, dass sie pleite sind. Im April passiert dann etwas Verrücktes. Es gibt keine Blitzscheidung, sondern Blitzbesuch. Oma, verzeih mir, denn ich verklage dich. Doch Schock, Meghan ist schwanger. Doch es ist von einem Liebhaber. Das weiß die neue Post ganz genau. Denn ein Augenzeuge hat seiner Frau davon erzählt, die dann ihrer Nachbarin und die dann ihrer Friseurin. Dann macht Meghan Schluss und nimmt Harry die Kinder weg. Doch das hält nicht lang, denn schon im Mai wird die Queen von den beiden wieder um Geld angebettelt. Die beiden sind total am Ende. Doch dann kriegt dieses Mal Harry Meghan raus. Es gibt nämlich Babydrama um ihn. Und dann taucht auch noch eine Scheidungsakte auf. Und ihr wisst, was das heißt. Blitzscheidung, Blitzscheidung, Blitzscheidung! Und dann hat Meghan im Juni natürlich einen neuen Bodyguard. Also wenn man den Artikel liest, dann kommt raus, sie hat einen neuen Bodyguard. Aber auch einen heimlichen Ehemann. So treibt sie Harry in den Ruin. Charles nimmt ihr dafür die Titel weg. Doch dann bereuen sie alles. Aber wirklich nur ganz kurz. Denn im Juli heißt es mal wieder Blitzscheidung! Meghan kämpft trotzdem um die Krone. Und Harry findet heraus, dass er eine Erbkrankheit hat. Der Arme. Denn im August wird klar, Meghan betrügt ihn seit sechs Jahren. Und zwar mit seinem Bruder. Aber Harry ist auch nicht unschuldig. Es gibt einen Skandal mit einer Stripperin. Er ist völlig außer Kontrolle. Da haben alle große Angst um die Kinder. Und ihr wisst, was das heißt. Blitzscheidung! Im September fanden die beiden dann in der Trauer um die Queen wieder zueinander. Und machten ein drittes Baby. Das ist allerdings gleichzeitig ein bisschen fragwürdig. Denn Meghan hält sich eigentlich für Harrys Mutter. Gleichzeitig trauert sie auch gar nicht wirklich um die Queen. Sondern nutzt die Gelegenheit, um mit ihrem Schwiegervater rumzufummeln. Das ist aber auch irgendwie okay. Denn der ist gar nicht der Schwiegervater. Denn Harrys Vater ist jemand anderes. Wer genau das ist, wissen wir aber nicht. Denn im Oktober standen schon wieder zwei andere Väter zur Auswahl. Harry macht diese Info schwer krank. Und Meghan nutzt die Chance, ihren Mann ins Gefängnis zu schicken. Während sie sich gleichzeitig mit dem Fluch rumschlagen muss, der auf ihrer Villa liegt. Und natürlich gibt es nur einen Ausweg aus dieser Situation, Leute. Es ist eine Blitzscheidung! Falls euch davon übrigens so ein paar Sachen bekannt vorkamen, zum Beispiel diese Headline über Harrys Vater oder diese über Blitzscheidungen. Ja, die waren letztes Jahr teilweise wirklich eins zu eins schon so dabei. Und eine Sache ist mir dieses Jahr auch noch aufgefallen, wie oft Helene Fischer und Florian Silbereisen zusammen sind, auf Titelseiten oder auch Lauttitelseiten miteinander. Die sind aber seit vier Jahren getrennt. Aber hier, zum Beispiel im Januar, Florian Silbereisens neues Glück. Und was Helene damit zu tun hat. Und ich habe reingelesen, das ist der Satz, um den es da geht. Ich wollte unbedingt, dass Bühnen-Chaylan mal aufs Traumschiff kommt, aber leider hatte ich seine Telefonnummer nicht. Helene hatte sie glücklicherweise. Sein neues Glück! Und Helene hatte was damit zu tun. Oder hier, so glücklich bei Florian. Das Ding ist, das Bild ist aus 2019. Und die Story ist, dass Florian Silbereisen inzwischen in Österreich lebt und Helene Fischer einen Auftritt hatte in dem Land Österreich. In jedem Monat gibt es solche Headlines. Zurück zu Florian. Heimliches Herz klopfen, das Glück ist zurück. Helenes Unglück zerreißt ihm das Herz, holt seine Liebe sie aus dem Tal der Tränen. Und das zeigt echt nochmal, wie skrupellos diese Magazine sind. Die sind sich für nichts zu schade. Denn bei dieser Headline geht es darum, dass Helene Fischer Sympathie mit Menschen in der Ukraine gezeigt hat, als der Krieg angefangen hat. Und das Einzige, woran die denken, ist ja, jetzt hat sie geweint, jetzt rennt sie bestimmt zurück zu Florian. Hä? Stellt euch mal vor, Jahre nach eurer letzten Trennung seht ihr an jeder Supermarktkasse immer ein Foto oder mehrere von euch und eurer Ex. Oder noch geschmackloser, von eurem schwer verunglückten Mann und Vater. Michael Schumacher, neue Hoffnung, wird er doch wieder ganz gesund? Die Familie glaubt jedenfalls fest daran. Anders ist es nicht zu erklären, warum Corinna ein Grundstück auf Mallorca gekauft hat. Michael Schumacher, endlich sehen wir ihn wieder. Er ist wieder aufgetaucht. Er strahlt an Corinnas Seite. Oh Gott, was ist geschehen? Ja, seine Frau veranstaltet seit zwei Jahren nach der Corona-Pandemie jetzt wieder ein jährliches Reitturnier. Und wenn, und das ist kein Witz, man von der Ankündigung von dem Reitturnier auf der Website auf das Fotoreiter klickt und dann runterscrollt zu 2012, das ist ein Jahr vor dem Unfall von Michael Schumacher, dann strahlt er in diesen Fotos an ihrer Seite. Wow. Klatschmagazine machen wirklich aus absolut nichts eine Titelstory. Und ich glaube, wenn man jetzt verstanden hat, wie absurd die aus solchen Fitzeln irgendwas Krasses konstruieren, dann versteht man, warum Florian Silbereisen einfach nicht mehr auf Social Media posten möchte. Aber haben die sich jetzt geschieden oder nicht, ist meine Frage. Das ist meine Frage jetzt. Oder nicht. Ich habe großes Mitleid mit dir, Rob. Das ist wirklich... Oh, Dean. Dass du dir das reinziehen musst. Liebe Rob-Bubble-Videos. Großartig. You raise me up So I can stand on mountains You raise me up To walk on stormy seas